Unsere Aufgabe ist, dass technisch die ganze Generalversammlung für alle Leute verständlich rüberkommt. Zusätzlich zeichnen wir das so auf. Das gibt ein Bild- und Tonprotokoll zusätzlich zum schriftlichen Protokoll. Wir sind zuständig für die leibliche Wahl der Gästen und den Aktionären der Berner Landbank. Die grosse Herausforderung ist sicher, über 2'200 Gäste zeitgleich zu verpflegen. Es heisst, überall muss Fleisch heiss sein, die Beilagen heiss, die Dauer müssen bereit sein. Und wenn es Verzögerung gibt im Programm, müssen wir das unter einen Hut bringen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017